Herzlich Willkommen. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, heute Morgen Gottes Wort zu studieren. Jeder von uns bekommt gern Geschenke. Vor allem Kinder bekommen gern Geschenke. Aber manchmal ist es auch so, dass man auch gerne Geschenke macht. Also ich kenne Menschen, die geben lieber Geschenke, als dass sie Geschenke bekommen. Warum macht man gerne Geschenke? Für andere. Vor allen Dingen, man macht gern Geschenke und man freut sich, wenn der andere sich über mein Geschenk freut, oder? Man stellt sich vor, er gibt ein Geschenk weiter an jemanden und der freut sich gar nicht. Der sagt, ach, das kann ich aber nicht gebrauchen, das werde ich gleich wegwerfen. Oder weiterschenken. Oder wieder zurücktauschen. Dann freut man sich nicht so sehr, oder? Geschenke. Gott beschenkt uns auch. Ich möchte mit euch heute über ein Geschenk nachdenken. Ein ganz großes Geschenk, was Gott uns macht und was die meisten Menschen wegwerfen. Was sie nicht haben wollen. Ich lade euch ein, Markus 2 aufzuschlagen. Markus 2, Vers 27. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, der Sabbat ist um das Menschenwillen gemacht und nicht der Mensch um das Sabbatswillen. Und Vers 28, so ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Und zwar nicht erst irgendwann am Berg Sinai, nicht irgendwann im Alten Testament, sondern ganz am Anfang, als Gott die Welt geschaffen hat, hat Gott den Sabbat gegeben. Und er ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Aus seiner Liebe heraus. Weil er weiß, dass wir das brauchen, dass wir diesen Tag brauchen. Und die meisten Menschen, selbst die meisten Christen, verachten dieses Geschenk. Und Gott ist darüber traurig. Weil er sich freut, wenn andere Menschen sein Geschenk schätzen. Wenn sie es lieben. Wir wissen, dass diese Frage, Sabbat oder Sonntag, im letzten großen Kampf dieser Weltgeschichte noch mal eine Rolle spielen wird. Die Offenbarung, Kapitel 13, zeigt ganz deutlich, dass hier ein Kampf stattfindet zwischen Gut und Böse. Zwischen Gott und Satan, zwischen der Wahrheit und dem Irrtum, zwischen der Bibel und der Tradition. Und dass am Ende auch die Frage, Sabbat oder Sonntag, noch mal eine ganz große Rolle spielen wird. Und wenn das eine große Rolle spielt, dann sollten wir wissen, warum der Sabbat wichtig ist. Aber noch viel mehr, dass wir nicht nur theoretisch wissen, was ist denn der Sabbat. Denn den Sabbatsegen, den er uns ja gegeben hat, den Sabbat und mit dem Sabbat auch die Segensverheißung für diesen Tag, kann er uns nur geben, wenn wir den Tag auch so halten und so schätzen, wie er es gesagt hat. Wie er es gemeint hat. Deswegen ist die Predigt, die ich heute halten möchte, lautet Sabbat halten praktisch. Es gibt zwei Extreme, wenn man über dieses Thema nachdenkt. Das eine Extrem ist, was die Juden aus dem Sabbat gemacht haben. Gott hatte den Sabbat geschenkt und er hat viele Dinge gesagt, auch den Juden, den Israeliten und den Juden, wie sie den Sabbat halten sollten. Das Problem ist, sie waren dann immer wieder abgefallen und haben sich dann Heiden angepasst und sind dann irgendwann in die Verbannung geschickt worden, als Erziehungsmaßnahme Gottes. Und als sie wieder zurück kamen, haben sie gesagt, wir möchten verhindern, dass wir Gottes Gebote übertreten, also werden wir noch extra Gebote machen, um die Gebote Gottes herum, damit wir ja nicht in Versuchung kommen, die Gebote Gottes zu übertreten. Also noch ein bisschen schärfer die Gebote formulieren. Und sie haben hunderte von Sabbat-Geboten erfunden, um zu definieren, was es am Sabbat erlaubt und was es nicht erlaubt. So unter anderem haben sie gesagt, alle Entfernungen zurückzulegen, die mehr als tausend Schritte sind, als ein Kilometer, sind Sabbat-Übertretung. Bis tausend Schritte ist es keine Übertretung und der tausend erste Schritt ist Sabbat-Übertretung. Also sie haben genau definiert, wo fängt Sabbat-Übertretung an. Oder sie haben gesagt, man darf am Sabbat nichts tragen. Also auch kein Taschentuch oder irgendwas, das ist Sabbat-Übertretung. Also sie haben angefangen zu definieren und sind damit so eng geworden, dass der Sabbat für die Juden zur Zeit Jesu eine Qual war. Man musste ständig überlegen, habe ich den Sabbat gerade übertreten oder nicht? Habe ich mich falsch rumgedreht oder habe ich mich zu schnell gebückt oder irgendetwas? Und man musste immer nur überlegen, habe ich übertreten oder bin ich übertreten? Und es war fast nicht möglich, den Sabbat zu genießen. Es war eine Last. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschauen, wie heute die meisten Christen den Sonntag halten, ihren heiligen Tag, dann ist der Sonntag für sie ein Freizeittag. Da machen sie, was ihnen gefällt, Sport und ihre Vergnügungen und ihre Ausflüge. Und sie denken gar nicht an Gott. Das ist ein freier Tag, den sie genießen, für ihre eigenen Bedürfnisse. Das sind zwei Extreme, die beide, denke ich, für die richtige Sabbat-Haltung nicht passen. Die Frage ist, was ist jetzt richtige Sabbat-Haltung? Sollen wir uns das mal genauer anschauen? Die erste Frage ist, wann beginnt der Sabbat und wann endet der Sabbat? Wir lesen mal 1. Mose, Gebüttel 1, Vers 5. 1. Mose, Gebüttel 1. Vers 5. Hier haben wir die Schöpfung. Und hier wird definiert, Gott hat mit der Schöpfung auch die Zeit geschaffen. Für den Menschen. Für diese Erde. Und er hat auch den Tag und die Nacht geschaffen. Es steht hier in 1. Mose 1, Vers 5. Ja, wir lesen Vers 4 noch mit. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da war das Abend und morgen der erste Tag. Hier definiert Gott mit der Schöpfung den Tag. Nämlich 24 Stunden. Und das ist nämlich genau die Zeit, wie lange die Erde braucht, sich einmal um sich selbst zu drehen. Das heißt, hier hat Gott mit der Schöpfung auch die Zeit für diese Erde geschaffen. Und er sagt auch, wann der Tag beginnt. Nämlich Abend und morgen. Das heißt, zuerst kommt die dunkle Phase, dann kommt die helle Phase. Wir haben heute die Definition in unserer Gesellschaft, dass der Tag um Mitternacht beginnt. Aber das steht hier nicht. Sondern es war am Abend. Das heißt, mit Sonnenuntergang, wenn die dunkle Phase beginnt, dann beginnt der neue Tag. Wir lesen mal 3. Mose 23, dass das auch tatsächlich so verstanden worden ist von den Israeliten. 3. Mose 23 und dort Vers 32. Und zwar hier spricht er von verschiedenen Festtagen. Und dann sagt er in Vers 32, ein feierlicher Sabbat soll er euch sein. Und ihr sollt fasten am neunten Tag des Monats. Vom Abend sollt ihr diesen Ruhetag halten, von Abend an bis wieder zum Abend. Übrigens, im Alten Testament wurden nicht nur der wöchentliche Sabbat Sabbat genannt. Den wir heute Sabbat oder Samstag nennen. Sondern auch die Festtage, die Feiertage wurden Sabbat genannt. Auch wenn sie nicht auf einen Sabbat, auf einen Samstag fielen. Von daher muss man manchmal auch schauen, wenn das Wort Sabbat da steht, welcher Sabbat ist gemeint. Der wöchentliche Sabbat oder der jährliche Sabbat, die Festtagesabbate. Auf jeden Fall haben wir hier den Hinweis, dass sie diesen Sabbat von Abend an bis zum nächsten Abend wieder halten sollten. Das bedeutet ganz praktisch für uns, dass am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht, Sabbat Anfang ist. Und am Samstagabend, wenn die Sonne untergeht, ist Sabbat Schluss. Und die Juden haben das so gemacht. Und ich denke, dass auch für uns wäre das eine gute Tradition, wenn man auch den Sabbat entsprechend willkommen heißt. Das heißt, das ist natürlich im Winter ein bisschen früher. Je nachdem, wo man jetzt wohnt. Wenn man im Äquator wohnt, dann ist es immer ungefähr 18 Uhr, immer die gleiche Zeit. Aber je mehr man Richtung Pole sich bewegt, desto mehr hat man einen Unterschied zwischen Sommer und Winter. Und bei uns geht manchmal im Winter schon die Sonne um halb fünf unter oder 20 nach vier. Dann ist schon relativ früh Sabbat Anfang. Und entsprechend sollte man sich auch darauf vorbereiten. Und am Samstagnachmittag ist auch schon um 20 nach vier um halb fünf auch schon wieder Sabbat Schluss. Das ist dann manchmal ein bisschen komisch, dass der halbe Tag auf einmal nicht mehr heilig ist. Aber der Tag ist eben anders definiert in der Bibel. Wichtig, denke ich, ist es auch, wenn man die Frage, dass, ja, wenn man arbeitet, dass man auch, wenn man am Sabbat Samstag frei hat, auch schaut, dass man auch am Freitagnachmittag, je nachdem, was man arbeitet und wie lange man am Freitag arbeitet, da auch den Sabbat halten kann. Gut, schauen wir uns mal an, wie wir uns auf den Sabbat vorbereiten sollten. Wir lesen mal Lukas, Gebetel 23, Lukas, Gebetel 23, Vers 54. Es war die Zeit, als Jesus gestorben war und er ist an einem Freitag gestorben. Und dann heißt es dort in Lukas 23, Vers 54, und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Der Sabbat brach an ist ein schöner Ausdruck. Das bedeutet, dass sozusagen allmählich die Sonne unterging und es allmählich dunkel wurde. Das heißt also, man konnte nicht genau sagen, in der Sekunde jetzt ist Sabbat an, Sabbat beginnt, sondern der Sonnenuntergang dauert ja einige Minuten. Und deswegen brach an heißt es ein Prozess, dass der Sabbat beginnt. Und der Tag vor dem Sabbat, nämlich der Freitag, wird ja Rüsttag genannt. Warum wird der Tag Rüsttag genannt? Nicht, damit wir aufrüsten sollen. Das denke ich, das ist nicht die biblische Hintergrund. Sondern es ist eigentlich gemeint im Sinne von Zurüsten. Rüsttag im Sinne von Vorbereiten. Eigentlich ist die ganze Woche eine Vorbereitung auf den Sabbat. Das heißt, man sollte seine Woche so organisieren und so planen, dass man die Dinge, die man im Alltag tun kann, im Alltag tut und der Sabbat frei ist davon. Wenn man am Sabbat tun lassen kann, was man möchte, dann braucht man keinen Rüsttag. Der Sabbat ist eigentlich, man kann sagen, ein Tag Urlaub in der Woche. Und wenn wir Urlaub haben, dann bereiten wir uns darauf vor. Stellt euch vor, ihr wollt irgendwo hinfahren, ihr wollt wegfliegen, nochmal Lorca oder so. Und um 10 Uhr geht euer Flieger und um halb acht sagt ihr, jetzt muss ich mir überlegen, was nehmen wir denn mal mit. Das heißt also, man fängt an, wenn man Urlaub hat, frühzeitig seine Sachen zu überlegen, zu planen, einzupacken, vorzubereiten, damit, wenn es soweit ist, man alles parat hat und man losgehen kann. So ist es auch mit dem Sabbat. Wenn man den Sabbat so halten möchte, wie es gut ist, dann sollte man das planen, vorbereiten. Nicht einfach hineinstolpern und sagen, naja, was ist denn jetzt gerade und was machen wir denn jetzt mal. Nein. Das heißt so vorbereiten, dass wenn der Sabbat beginnt, man mit den Dingen, die wir am Sabbat nicht tun wollen, abgestoßen hat, bevor der Sabbat beginnt. Wir lesen mal 2. Mose 16, Vers 22 bis 24. 2. Mose 16. Hier haben wir das Volk Israel. Interessant ist übrigens, diese Begebenheit war vor dem Sinai. Das heißt, bevor Gott die zehn Gebote gegeben hat, am Berg Sinai, hat er bereits ihnen den Sabbat gegeben. 2. Mose 16, Vers 22 bis 24. 2. Mose 16, Vers 23. Und zwar, wir haben hier eigentlich ein doppeltes Wunder, ein dreifaches Wunder, kann man fast sagen, was Gott getan hat. Erstens, Gott hat dem Volk Israel, solange sie in der Wüste waren, 40 Jahre lang Manna gegeben. Manna, das ist himmlisches Brot gewesen. Das heißt, das war, ist in der Nacht wie der Tau gefallen, am Morgen auf die Erde und sie konnten das einsammeln und sie sollten jeden Morgen das sammeln. Wer jetzt mehr gesammelt hat und es aufgehoben hat bis zum nächsten Tag, das hat nicht funktioniert, weil es dann schlecht geworden ist. Da waren Würmer drin, es ist faul geworden. Das heißt also, mit anderen Worten, Gott hat sie erzogen, an jedem Tag, für diesen Tag fleißig zu sein. Und dann hat Gott das zweite Wunder getan, am Sabbat war kein Manna. Als einige rausgehen wollten und am Sabbat morgen Manna sammeln wollten, war keins da. Weil Gott gesagt hat, am Sabbat ist Ruhetag, da sollt ihr nicht Manna sammeln, da sollt ihr ruhen. Das war das zweite Wunder. Das dritte Wunder war, dass Gott am Freitag doppelt so viel Manna gegeben hat. Das heißt, sie haben gesammelt und haben doppelt so viel gehabt. Und das vierte Wunder war, dass das Manna dann vom Freitag auf Sabbat, wenn sie es auch bewahrt haben, nicht schlecht geworden ist. Nicht stinkend und keine Würmer drin. Das heißt, Gott hat durch diese Wunder gezeigt, dass ihm der Sabbat wichtig war. Und der Freitag war der Vorbereitungstag für den Sabbat. Das heißt, sie mussten am Freitag ein bisschen mehr arbeiten als an den anderen Tagen, weil sie schon vorbereiten sollten für den Sabbat. Ja, von daher ist also die Sabbatvorbereitung wichtig. Dass wir also am Freitag überlegen, was können wir vorbereiten für den Sabbat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sollte man den Sabbat heiligen? Zuerst ist natürlich, dass wir erstmal die Entscheidung treffen, ich möchte Gottes heiligen Tag als Ruhetag heiligen. Das ist die erste Entscheidung. Denn eine Sabbatheiligung, ohne mit Gott verbunden zu sein, eine Sabbatheiligung, ohne Jesus zu lieben, unser Leben ihm gegeben zu haben, ist eigentlich nur eine Pflichterfüllung oder eine Werksgerechtigkeit. Durch das Sabbatheiligung werden wir nicht erlöst. Aber wenn wir mit Jesus leben, Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, dann werden wir auch seine Gebote und den Sabbat halten wollen, weil seine Gebote in unserem Herzen drin sind. Und da lesen wir im 2. Mose 20 genau das, was Gott uns gesagt hat im Sabbatgebot. Denn ich denke, wir haben viele wichtige Texte in der Bibel, aber das, was Gott mit eigener Hand geschrieben hat, was von den Geboten am allerwichtigsten ist, sind die 10 Gebote. Die hat er uns gegeben. Und die sollten wir genau kennen. Und das ist der Maßstab für unser Leben mit Jesus. 2. Mose 20, Verse 8 bis 11. Dort finden wir das vierte Gebot, das Sabbatgebot. Gedenke des Sabbatthages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbatthag und heiligte ihn. Nun, wir wollen jetzt nicht über die Frage sprechen, was ist der richtige Tag und warum ist der Sabbat der richtige Tag und das kann man in anderen, haben wir andere Vorträge, wo man das nachschauen kann. Sondern ich möchte hier mal den Schwerpunkt darauf legen, was sollten wir am Sabbat tun und was nicht. Was sagt Gott hier? Er sagt am Anfang, Gedenke des Sabbatthages, dass du ihn heiligst. Gedenke bedeutet, dass Gott den Sabbat nicht nur bei den 10 Geboten zum ersten Mal gab, sondern er gab ihn schon vorher, nämlich seit der Schöpfung. Schon Adam und Abel und Noah und Abraham haben Gottes Gebote und den Sabbat gehalten. Gedenke des Sabbatthages, dass du ihn heiligst. Und heiligen bedeutet, dass der Sabbat abgesondert ist. Hier sind 6 Tage, 6 Tage, die gehören uns und ein Tag ist heilig. Und heilig bedeutet, zu Gott gehöre ich. Es ist Gottestag. 6 Tage sind unsere Tage, ein Tag ist Gottestag. Ich möchte jetzt noch ein bisschen deutlicher formulieren, was heißt das, unsere Tage und Gottes Tag? 6 Tage hat Gott uns gegeben für alle unsere Bedürfnisse, für unser Leben, für unsere Arbeit, für unsere Hobbys, für alles, was wir brauchen. 6 Tage gibt Gott uns die Freiheit, das zu tun, was wir möchten. Natürlich sollen wir auch da die Zeit so verbringen, zu Gottes Ehre. Alles, was wir tun, sagt Paulus, soll zu Gottes Ehre geschehen. Aber es ist Zeit für uns, für unseren Alltag, für unser Leben. Und der siebte Tag, sagt Gott, das ist meine Zeit. Er gehört Gott. Und wenn er Gott gehört, heißt das, dass Gott entscheidet, was wir tun an diesem Tag. Ich denke, es wäre gut, wenn wir am Sabbatmorgen aufwachen. Und jedes Morgen, wenn wir aufwachen, sollten wir unser Leben Gott neu übergeben und ihm bitten für diesen Tag, um seine Führung und seinen Segen, dass wir dann sagen, lieber Gott, bitte sage mir, was ich heute tun soll. Was soll ich heute tun? Natürlich wird Gott sagen, erst mal aufstehen. Natürlich. Er wird sagen, geh zum Gottesdienst. Natürlich wird er das sagen. Das heißt, Gott wird dir sagen, was du tun sollst. Wie sagt er dir das? Es kann sein, dass du dich durch die Bibel sagt, dass du das Wort aufschlägst und da steht drin, was du tun sollst. Werden wir gleich lesen, was Gott uns sagt. Es kann auch sein, dass Gott dir das auch in Gedanken dir eingibt, was du tun sollst. Der Sabbat ist Gotteszeit. Da geht es nicht darum, natürlich können wir immer noch das tun, was wir wollen. Wir können einfach unseren Bedürfnissen nachgehen, aber die Bibel sagt, der Sabbat ist Gottestag, heilige Zeit. Und das bedeutet, wir sollten Gott fragen, dass Gott entscheidet, was wir tun an diesem Tag. Und hier sagt er schon ein paar Dinge, was wir tun sollen. Er sagt, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Interessant. Das ist ja ein Gebot, was wir gerade gelesen haben. Und das Sabbatgebot ist ein Gebot der Ruhe für den Sabbat, aber es ist auch ein Gebot, sechs Tage sollst du arbeiten. Es ist auch ein Arbeitsgebot. Hier steht nicht, fünf Tage sollst du arbeiten oder vier Tage sollst du arbeiten und es steht auch nicht, vier Stunden in der Woche sollst du arbeiten. Hier steht, sechs Tage sollst du arbeiten. Das heißt, von Sonntag bis Freitag, das sind Arbeitstage. Wir müssen nicht unbedingt jetzt Geld verdienen, alle sechs Tage. Wenn nun der Arbeitgeber nun mal fünf Tage Woche hat, dann kann man fünf Tage arbeiten, aber der Sonntag ist trotzdem ein Arbeitstag. Und dann steht hier, ab am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Übrigens jeder siebte Tag. Das ist von der Schöpfung an immer der siebte Tag. Und das ist bis heute immer der siebte Rhythmus, immer der Samstag, der Sabbat. Das ist der Tag des Herrn deines Gottes. Das heißt, es ist der Tag Gottes. Und dann steht hier, da sollst du keine Arbeit tun. Was bedeutet das? Das heißt erstmal, dass wir, wenn wir beruflich arbeiten, dass wir am Sabbat nicht arbeiten. Dass wir vom Freitagabend Sonnenuntergang bis Sabbatabend Sonnenuntergang nicht arbeiten. Falls es Schwierigkeiten gibt bei der Arbeitsstelle, dass sie sagen, naja, am Samstag müssen sie doch arbeiten, kann man auch mit dem Arbeitgeber verhandeln und sagen, nein, am Samstag arbeite ich nicht. Ich bin bereit, auch am Sonntag mich einzusetzen und zu kommen oder zu arbeiten. Das heißt, es sollte nicht so aussehen, dass wir faul sind und nicht arbeiten wollen, sondern, dass wir am Sabbat nicht arbeiten wollen und dass wir dafür Lösungen anbieten, in der Woche länger zu arbeiten oder am Sonntag zu arbeiten. Es gibt sicherlich eine Ausnahme, wenn wir das Leben Jesu anschauen. Jesus hat uns gezeigt, auch wie wahre Sabbatheiligung aussieht. Das werden wir uns gleich ein bisschen genauer anschauen. Aber Jesus hat den Sabbat befreit von diesen ganzen Satzungen der Ältesten, diesen zusätzlichen Belastungen, sondern er hat den Sabbat zurückgeführt zur ursprünglichen Sabbatheiligung und er hat am Sabbat nicht gearbeitet. Hätte er gearbeitet am Sabbat, dann hätte er das vierte Gebot übertreten und wir wissen, er war sündlos. Aber er hat am Sabbat Gutes getan. Dürfen wir am Sabbat Gutes tun? Natürlich. Und Gutes tun heißt, er hat anderen geholfen, er hat andere getröstet, er hat sogar andere geheilt am Sabbat. Und das bedeutet, dass, wenn man das jetzt überträgt auf uns heute, dass wir auch am Sabbat Gutes tun dürfen und dass gerade in Berufen, in den medizinischen oder pflegerischen Berufen, wo es darum geht, Menschen zu heilen, auch die Arbeit am Sabbat erlaubt ist. Stellt euch vor, wir haben in der Welt viele adventistische Krankenhäuser und stellt euch vor, am Sabbat würden alle Krankenschwestern und alle Ärzte sagen, heute ist Sabbat, heute gehen wir mal nach Hause. Was würden die Patienten sagen? Da würde die Hälfte sterben vielleicht. Also, es funktioniert nicht. Die Kranken müssen noch am Sabbat Essen haben und am Sabbat versorgt werden. Und natürlich ist es so, dass das Prinzip ist in unseren adventistischen Krankenhäusern, dass man sagt, am Sabbat machen wir nur das Nötigste. Versorgung der Kranken, das Essen bekommen, jetzt was ich großreine machen, großputz irgendwo, am Sabbat machen wir nicht, machen wir an irgendeinem Wochentag. Also das heißt, was möglich ist zu verschieben, verschieben wir. Oder Operationen, die man auch irgendwann machen kann, machen wir an einem anderen Tag. Aber wenn am Sabbat ein Unfall passiert und jemand kommt, Autounfall und der kommt ins Krankenhaus, natürlich müssen die Ärzte dann auch am Sabbat operieren, wenn Notfall da ist. Als ich Jugendlicher war, waren wir in Berlin. Mein Vater war Krankenhausseelsorger und Prediger von der Gemeinde Berlin-Waldfriede. Und Waldfriede in Berlin ist ja ein Krankenhaus, das einzige adventistische Krankenhaus, was wir in Deutschland haben. Und die Ärzte hatten dann immer, wenn die adventistischen Ärzte, wenn die im Gottesdienst saßen, die hatten immer einen Piepster dabei. Und ab und so passierte es, dass auf einmal bei einem oder zwei Ärzten, das war einmal mitten im und die sind dann rausgegangen und sie wurden dann gerufen an die Pforte und da war irgendein Notfall, wo sie gerufen wurden, zu helfen. Natürlich haben sie dann geholfen. Das heißt, wenn jemand Krankenschwester ist, Arzt ist, dann ist es auch erlaubt, am Sabbat Dienst zu tun. Natürlich ist jetzt Folgendes, wenn man Dienst tut am Sabbat, oder man hat verschiedene Dienste, dann sollte man, wenn es möglich ist, auch den Dienst so tauschen, dass man Sabbatsfrei hat, damit man selbst auch die Möglichkeit hat, zum Gottesdienst zu gehen. Weil der Gottesdienst ist ein Segen für uns, den Gott für uns vorbereitet hat. Und die anderen, die jetzt am Sabbat für mich dann arbeiten, wenn ich getauscht habe, die sowieso nicht zum Gottesdienst gehen, dann macht das keinen Unterschied. Aber wenn es möglich ist, dass man tauscht, wenn es nicht möglich ist, sicherlich kann man auch dann am Sabbat auch Dienst tun. Also am Sabbat nicht arbeiten. Was bedeutet das für Kinder und Jugendliche? Das bedeutet, denn hier steht, du sollst keine Arbeit tun, auch nicht deinen Sohn, deine Tochter und so weiter. Das heißt, dass die Kinder am Sabbat nicht zur Schule gehen sollten. Das ist heute einfach, weil wir heute überall fünf Tage Woche haben. Aber ich weiß noch, als ich damals zur Schule eingeschult wurde, da hatten wir sechs Tage Woche. Und ich kam, ich ging Samstag Sabbats nie zur Schule. Die anderen haben mich immer beneidet, haben gesagt, du hast es gut. Du musst morgen nicht zur Schule gehen. Dein Nachteil war natürlich, ich musste immer schauen, was haben die am Sabbat gemacht, im Stoff. Das musste ich mir dann geben lassen und nachholen. Wenn Hausaufgaben aufgegeben worden sind, musste ich dann auch gucken und die auch machen. Also ich musste immer am Sonntag gucken, dass ich dann irgendwie da das dran gekommen bin. zum Glück war das nachher nicht mehr so. Denn als wir umgezogen sind, sind wir nach Hamburg gezogen und in Hamburg war dann Fünf-Tage-Woche und da war es dann einfacher. Das heißt also, dass Kinder am Sabbat, für sie ist Schule, Arbeit. Aber natürlich auch, dass man am Sabbat nicht lernt für die Schule. Und ich weiß noch, als ich Abitur gemacht habe, auf der Marienhöhe, da muss man schon ein bisschen was lernen. Man muss was wissen. Und das kann man nicht erst den Tag vorher anfangen, da muss man ein bisschen länger dafür lernen und üben und sich vorbereiten. Ich weiß noch, einige meiner Mitschüler haben dann gesagt, ja, ich schaffe das nicht und ich habe zu wenig und ich muss jetzt am Sabbat auch lernen. Und die haben am Sabbat gelernt und ich habe gedacht, nein, vom Freitagabend Sabbatabend lerne ich nicht, ich lege alles zur Seite. Und ich denke, es ist auch gut so, es war mir am Ende zum Segen geworden. Warum? Erstens, weil es gut ist, wenn man mal einen Tag den Kopf frei hat. Ich habe am Sabbat auch versucht, nicht an meine Aufgaben zu denken. Nämlich, es ist gut, mal abzuschalten. Einfach mal den Kopf von den ganzen Dingen, die einen so belasten, zu bedrücken, einfach mal frei zu haben, rauszugehen in die Natur und einfach mal an andere Dinge zu denken. Und wenn man dann wieder anfängt zu lernen, dann hat man wieder den Kopf aufnahmebereit und man kann wieder besser lernen. Und zweitens ist natürlich auch der Segen Gottes dabei. Wenn wir den Sabbat halten, gibt es immer einen Segen Gottes. Und ich habe so oft erlebt, dass jemand, der am Sabbat gearbeitet hat, der hat sich dann bekehrt, hat den Sabbat erkannt und hat dann gesagt, ja, ich möchte jetzt im Sabbat nicht mehr arbeiten. Und das ist immer die Frage, was mache ich jetzt? Dann sind sie oft zum Chef gegangen und haben gesagt, ich möchte nicht mehr arbeiten am Samstag. Und dann hat er gesagt, wenn sie nicht mehr arbeiten, dann werden sie entlassen. Dann könnte man ja sagen, naja, Gott will ja nicht, ich muss ja meine Familie ernähren. Gott will ja nicht, dass ich jetzt arbeitslos bin. Aber ich denke, in dem Moment geht es darum, ist nicht die Frage, was ist die Folge meiner Entscheidung? Normalerweise fragen wir immer nach den Folgen unserer Entscheidungen, sondern, was sagt Gottes Wort? Wenn wir Gottes Wort treu sind, dann wird Gott die Türen öffnen. Erst müssen wir uns entscheiden, Gott treu zu sein, und dann öffnet Gott die Türen. In Daniel 1 steht, dass Daniel sich vorgenommen hat, in seinem Herzen nichts zu essen von des Königs Speisen, Gott treu zu sein. Und dann gab Gott ihm, dass der oberste Kamerim gnädig war, dass sie nach Ich kann Erfahrung erzählen, das war vor einigen Jahren, vor 25 Jahren ungefähr, da hatten wir ein Offenbarungsseminar, das war ein Lüdenscheid, hatten wir ein Offenbarungsseminar und da war eine Frau, eine ältere Frau, ungefähr 60 Jahre, und sie kam mit Begeisterung. Und als wir über das Thema Sabbat sprachen, sagte sie, ja, ich entscheide mich, ich möchte den Sabbat halten, nicht mehr arbeiten am Sabbat. Und sie war Verkäuferin bei C&A. Und sie hatte noch ein halbes Jahr zu arbeiten, dann ging sie in Rente. Und sie musste alle 14 Tage Samstag, Sabbats, arbeiten. Es waren also noch halbes Jahr, sind 26 Wochen, 26 Sabbate, und jeden zweiten zu arbeiten, heißt 13 Sabbate, hätte sie noch arbeiten müssen. Jetzt ging sie zu ihrem Chef und hat dann gesagt, ich möchte, ich habe jetzt in der Bibel erkannt, Samstag ist der Ruhetag, der Sabbat, und ich möchte nicht mehr arbeiten. Dann sagte der Chef, ja Personalchef, tut mir leid, wenn sie nicht mehr kommen, am Samstag, dann werden sie gekündigt. Und wenn sie gekündigt bekommt, dann heißt das, dann würde sie das bedeuten, sie würde gar keine Rente kriegen, sie muss das halbe Jahr noch arbeiten, um noch ihre Rente zu kriegen. Dann ging sie zum Gesamtschef und der hat auch gesagt, wenn sie nicht arbeiten, am Samstag werden sie gekündigt. Jetzt kam sie zum Offenbarungsseminar wieder und hat dann erzählt, was los war. Hat gesagt, ich muss noch ein halbes Jahr arbeiten, sonst kriege ich meine Rente nicht. Aber wenn ich Samstag nicht mehr komme, werde ich gekündigt. Was mache ich jetzt? Was hättet ihr der Frau geraten? Natürlich beten, das haben wir auch gemacht. Ich habe dann von Daniel erzählt, ich habe gesagt, Gott tut nicht im Voraus alle Türen öffnen und alle Probleme lösen, nein, sondern er prüft unseren Glauben, unsere Treue. Dann habe ich von Daniel erzählt, Daniel hat sich erst entschieden, Daniel 1, Vers 8, treu zu sein und dein Gott die Türen geöffnet. Dann habe ich gesagt, was ist ihnen wichtiger? Matthäus 6, Vers 3, Vers 24, wir können nicht zwei Herren dienen, entweder Gott oder der Mammon, was ist dir wichtiger? Gott oder das Geld? Gott oder deine Rente? Und manchmal muss es sein, wenn wir Gott folgen, dass wir auch bereit sind, Nachteile in Kauf zu nehmen, dass wir auch bereit sind, Opfer zu bringen. Und sie sagte, Gott ist mehr wichtiger. Dann habe ich gesagt, dann wird auch deine Entscheidung entsprechend ausfallen. Dann hat sie gesagt, gut, ich entscheide mich, dass ich ab sofort keinen Sabbat mehr arbeiten werde, egal was kommt. Wenn ich keine Rente kriege, dann bekomme ich keine Rente. Gott kann mich auch ohne Rente versorgen. Eine Woche später treffen wir uns wieder und dann erzählt sie, es hat immer im ganzen Kreis waren ungefähr so 15 bis 20 Leute, die zusammen waren, hat im ganzen Kreis erzählt, hat sie gesagt, stellt euch vor, was letzte Woche passiert ist. Am Dienstagabend hatten wir Seminar und am Mittwochmorgen kommt mein Personalchef zu mir und sagt, Frau so und so, ich habe noch mal drüber nachgedacht, was sie mir letzte Woche gesagt haben, wegen dem Samstag. Ich habe noch mal in Akten reingeschaut und ich habe gesehen, ein halbes Jahr haben sie noch zu arbeiten, das sind noch 13 Samstage. Wie ich ihnen schon mal sagte, ich kann ihnen die Samstage nicht freigeben, aber ich werde dafür sorgen, dass sie jeden Samstag tauschen können, dass sie keinen Samstag mehr arbeiten müssen. Und das Problem war gelöst. Ich bin überzeugt, hätte sie an dem Dienstag Abend nicht entschieden, Gott treu zu sein, egal was kommt, der Personalschef wäre am nächsten Morgen nicht zu ihr gekommen, hätte das Angebot gemacht. Sie hat sich am Freitag Abend entschieden, Gott treu zu sein, am nächsten Tag öffnet Gott die Tür. Und sie hat ihre Rente bekommen. Meine Lieben, Gott prüft uns manchmal. Unsere Sache ist, Gott treu zu sein. Und Gott macht Wunder. Sabbat halten. Ich denke, der Sabbat ist wichtig. Er ist im Mittelpunkt der zehn Gebote. Hier steht, da sollst du keine Arbeit tun. Und dann steht hier auch nicht dein Sohn oder Tochter. Das heißt, wir sind verantwortlich für unsere Kinder. Und das heißt, wir sollen darauf achten, was unsere Kinder tun am Sabbat. Wir sollen schauen, dass sie nicht arbeiten, nicht zur Schule gehen. Wir haben Verantwortung für unsere Kinder. Und dann steht hier auch nicht dein Knecht, dein Markt, dein Vieh. Das heißt, wir haben heute keine Knechte und Mägde mehr. Ich würde das heute übersetzen mit Steine Angestellten. Das heißt, Menschen, für die wir Verantwortung haben, die sollen wir sorgen, dass sie den Sabbat halten können, auch wenn sie gar nicht gläubig sind. Also wenn ich eine Firma habe, soll ich nicht sagen, am Sabbat mache ich Ruhetag, aber ihr könnt alle für mich weiter arbeiten. Nein, auch für die, die Verantwortung habe, sollen am Sabbat auch nicht arbeiten. Natürlich, wenn es jemand ist, mein Nachbar, für den ich keine Verantwortung habe, da kann ich ihm nicht vorschreiben, am Sabbat nicht zu arbeiten. Oder andersrum gesagt, wenn ich ein Haus baue und Arbeiter arbeiten für mich, an meinem Haus, dann habe ich die Verantwortung für meine Arbeiter, die ich angestellt habe oder die ich bezahle für die Arbeit an meinem Haus. Und dann soll ich auch schauen, dass die nicht am Sabbat für mich arbeiten. Für alle, wo ich Verantwortung für habe, ist meine Verantwortung auch zu schauen, dass der Sabbat gehalten wird. Und dann steht hier sogar auch der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Natürlich gilt das jetzt nur für Städte, die auch jüdisch waren, die gläubig waren. Damals war es auch so, als Nehemiah lebte, dass die heidnischen Händler gekommen sind am Sabbat in die Stadt und haben auf dem Markt ihre Sachen verkauft und hat nie mehr gesagt, das geht nicht. Das ist eine gläubige Stadt, Jerusalem ist Gottes Stadt und dann hat er am Freitag Abend die Türen zugemacht, bis zum Sabbat Abend hat die Händler nicht in die Stadt eingelassen, damit kein öffentlicher Handel in der Stadt getrieben werden konnte. Das heißt in anderen Worten, sie hatten Verantwortung als Stadtoberste für die Stadt, was in der Verantwortung haben, das ist unsere Verantwortung. Da sollen wir schauen, dass der Sabbat gehalten wird. Alles andere ist die Verantwortung der anderen. Natürlich ist das die Frage, was ist, wenn ich andere für mich arbeiten lasse. Da gibt es natürlich Grenzfälle, die sind sehr schwierig. Da könnte man viele Sachen konstruieren. Zum Beispiel irgendwo sitzt am Elektrizitätswerk jemand, der dort sitzt am Sabbat und guckt, dass wir Strom haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich sagen muss, ich darf am Sabbat keinen Strom benutzen, weil da jemand für mich arbeitet, im Elektrizitätswerk. Ich würde das immer so definieren, wenn jemand sowieso arbeitet, wie zum Beispiel, wenn ich Strom an- oder ausschalte, ist das für den Mann am E-Werk kein Unterschied, der sitzt auch ohne meinen Strom dort und arbeitet. Er ist nicht durch meine Sachen veranlasst für seine Arbeit. Oder wenn ich am Sabbat mit dem Bus zur Gemeinde fahre, dann fährt der Busfahrer auch die Strecke, auch wenn ich nicht mitfahre. Also nicht durch meinen Einsatz ist seine Arbeit veranlasst, er arbeitet auch ohne meinen Anlass. Aber ich würde niemals einen Bus beauftragen, den ich beauftrage, dass jemand für mich am Sabbat arbeiten soll. von daher ist es denke ich, da gibt es natürlich auch immer Konstruktionsbeispiele, wenn jetzt eine Stadt nur Adventisten wohnen. Natürlich muss da auch irgendjemand gewisse Notdienste am Sabbat machen, aber das ist natürlich eine andere Geschichte. In so einem Fall sind wir hier bei uns nicht. Aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Das ist also das vierte Gebot. Übrigens auch die Begründung ist wichtig vom vierten Gebot. Weil Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen hat, am siebten geruht hat, sollen wir auch am siebten ruhen. Das heißt, Gott ist unser Vorbild. Der Sabbat ist ein Geschenk Gottes und hier stehen drei Dinge. Gott segnete den Sabbat, er ruhte am Sabbat und er heiligte ihn. Ruhen heißt, dass wir auch ruhen sollen und das ist ein Geschenk. Gott wusste genau, wir Menschen sind in der Gefahr, dass wir uns überarbeiten, dass wir nicht aufhören können. Und er sagt, stopp, ich befehle dir, ich gebiete dir, aufzuhören. Mal still zu stehen, zur Ruhe zu kommen, innerlich zur Ruhe zu kommen, aufzutanken. Gott möchte uns was Gutes tun. Gott segnet diesen Tag, das heißt, dass Gott die Menschen, die diesen Tag halten, segnet. Und diesen Segen können wir spüren. Mein Lieben, es ist ein Unterschied, ob ich den Sonntag oder den Sabbat halte. Auf dem Sonntag liegt kein Segen Gottes. Negens wo in der Bibel steht, Gott segnet sie den ersten Tag der Woche. Nein, er segnet sie den siebten Tag, Sabbat. Und wenn wir diesen Tag halten, dann spüren wir den Segen Gottes, die Nähe Gottes. Dieser Tag ist anders. Und Gott heiligte ihn, haben wir schon gesagt, er ist das Gottestag. Schauen wir uns weiter an. 2. Mose 34, Vers 21. 2. Mose 34, Vers 21. Dort sagt Gott, und das Gedanke gilt für uns auch, 2. Mose 34, Vers 21. Sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten Tage sollst du ruhen, auch in der Zeit des Flügens und des Erntens. Ja, und damals waren ja viele von den Israeliten Landwirte, haben in Landwirtschaft gearbeitet. Und jetzt könnte man sagen, okay, der Wetterbericht sagt, morgen am Sabbat ist Sonne und die nächsten zwei Wochen soll es nur regnen. Also muss ich noch morgen meine Ernte einbringen, damit ich die noch trocken reinkriege. Deswegen geht das jetzt vor, sollte meine Ernte vorbei. Nein, Gott sagt, auch bei dringenden Terminen, der Sabbat geht vor. Der Sabbat ist wichtiger. Und wenn wir treu sind, kann sein, dass wir Nachteile in Kauf nehmen müssen, dass wir damit rechnen müssen, okay, dann kann ich meine Ernte nicht trocken nicht trocken einbringen. Aber wenn wir uns entscheiden, trotzdem Sabbat zu halten, dann werden wir erleben, wie Gott wieder Wunder tut. Gott kann auch auf meinem Feld am Sonntag nicht rechnen, dass er sich am Sonntag die Ernte einbringen kann. Deswegen, ich denke, die Situationsethik, die sagt, wenn es nicht möglich ist, dann mache ich es halt am Sabbat. Nein, Gott sagt, die Sabbatruhe ist wichtiger. Warum? Weil es zu den Zehn Geboten gehört, weil es die Grundlage von Gottes Gesetz, von Gottes Charakter ist. Gut, ich habe eben schon mal angedeutet, das beste Vorbild, wie wir den Sabbat halten sollen, ist Jesus. Wir nennen uns Christen und Johannes sagt, wenn wir Christen sind, dann sollen wir auch leben, wie Jesus gelebt hat. Wie hat Jesus den Sabbat gehalten? Ich denke, sein Vorbild ist das ideale Vorbild. Es gibt keinen Menschen, der das besser gemacht hat als Jesus. Das heißt nicht, dass wir mit Sandalen rumlaufen und nur weiße Kleider tragen sollen, sondern die Art, wie er den Sabbat gehalten hat. Was hat Jesus am Sabbat gemacht? Wir lesen Lukas 4, Vers 16. Das Verhalten Jesu am Sabbat. Lukas 4, Vers 16. Und ich denke, der Fokus der Sabbat-Heiligung sollte mehr auf dem liegen, was sollten wir am Sabbat machen und weniger auf dem liegen, was dürfen wir am Sabbat nicht tun. Natürlich gibt es auch einige Dinge, die die Bibel uns verbietet, wie zum Beispiel die Arbeit. Aber ich denke, wichtiger ist zu schauen, was sollten wir tun. Lukas 4, Vers 16. Und er, Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Was hat Jesus getan am Sabbat? Er ging in die Synagoge. Das heißt nicht, dass wir jetzt am Sabbat das war damals der Gottesdienst der Juden. Das heißt, wir sollten in den Gottesdienst gehen. Dort, wo Gottes Wort studiert wird, gepredigt wird, gelesen wird. Und er ging nicht nur einmal in seinem Leben dorthin, sondern hier steht, nach seiner Gewohnheit. Das heißt, Jesus ging jeden Sabbat in den Gottesdienst. Ich denke, Gott hat diesen Ruhetag uns gegeben, damit wir auch einmal in der Woche uns als Gemeinde versammeln. Und der Besuch des Gottesdienstes ist unglaublich wichtig. Denn die Gemeinschaft unter Gottes Wort ist das, was unseren Glauben stärkt. Paulus sagt, der Glaube kommt durch das Wort Gottes, durch die Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Und wenn wir den Gottesdienst versäumen, dann versäumen wir die Gemeinschaft untereinander, wir versäumen die Stärkung des Glaubens. Ich denke, der Gottesdienst hat in dem Leben des Gläubigen einen sehr hohen Stellenwert. Jesus hat es getan und er ruft uns auf, das auch zu tun. In Hebräer 10 haben wir einen ganz wichtigen Hinweis. Hebräer Gebetel 10 Verse 24 und 25 Hier sagt es, lasst uns aufeinander acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das heißt, der Tag, der sich hier naht, ist der Tag der Wiederkunft und je zu haben, uns zum positiven Dingen anzureizen und unsere Versammlungen nicht zu verlassen. Die Versammlung ist der Gottesdienst am Sabbat morgen, aber natürlich auch Gebetsversammlungen oder Hauskreise oder Seminare oder Bibelstunden, dass man auch dort die Versammlungen besucht, weil das zur Glaubenstärkung dient. Der Gottesdienst besucht, denke ich, den Gottesdienst hat Gott eingesetzt, damit der Sabbat eine Bedeutung hat. Und dadurch ist auch der Tag aus der Woche hinaus herausgehoben. Wenn der Gottesdienst am Sabbat morgen gesetzt ist, dann wissen wir schon genau, hier gehöre ich hin. Und hier kann ich meine Zeit dafür einsetzen. Und dann ist die Zeit nicht wie in den anderen Tagen, dass sie genau gleich verläuft, sondern hier haben wir einen Unterbruch. Hier haben wir Zeit für Gott, für den Gottesdienst. Was hat Versen 9-13 Matthäus Kapitel 12 Versen 9-13 Und wir sind gerade bis 14. Und er, Jesus, ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der ein einzige Schaf, wenn es ihm am Sabbat in die Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu jedem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rate über ihn, wie sie ihn geheilt hat. Weil sie sagten, das ist Arbeit. Aber interessant ist, die Juden haben gesagt, wenn man jemandem helfen kann und es nicht tut, ist es Sünde. Wenn Jesus ihnen jetzt sagt, hier ist ein Mensch und ich könnte ihn heilen, ist es Sünde, ihn zu heilen? Das heißt, wenn er ihn nicht geheilt hätte, hätten sie ihn wegen Sünde anklagen können, wenn er hätte ihn heilen können, hat es aber nicht getan. Jesus hat den Sabbat nicht übertreten, denn das Heilen, das Gutes tun für andere ist keine Übertretung. Haben die Pharisäer den Sabbat übertreten? Ja, nicht nur den Sabbat übertreten, sie haben einen Mord geplant. Ist ein Mordplan eine gute Tat? Sie haben zwei Gebote übertreten, du sollst nicht töten und den Sabbat. Also es ist erstaunlich, sie klagen ihn an der Sabbat Übertretung, während sie selbst den Sabbat übertreten. Hier sehen wir, wie Jesus sein Vorbild für uns leuchtet. Wir dürfen und sollen am Sabbat Gutes tun. Der Sabbat ist nicht nur ein Tag, wo wir am Sabbat Nachmittag den verpassten Schlaf der Woche nachholen. Das ist nicht Gottes Absicht gewesen, dass wir eine Woche zu wenig schlafen und am dass wir am Sabbat Gutes tun. Das bedeutet für Familien, dass man überlegt, wie kann ich den Sabbat zu einem Tag machen, wo die Kinder sich darauf freuen. Ich weiß es noch, als ich so Kind war, da war der Freitagabend für mich, für uns Kinder der schönste Abend der Woche. Warum? Weil erstens da wir als Familie zusammen waren. Mein Vater war auch Prediger. Und er war viel unterwegs, vor allen Dingen abends. Freitagabend war er immer da. Es war ein Familienabend. Es begann schon mit dem Essen. Am Freitag abends hat meine Mutter dann immer den Tisch festlich gedeckt. Das gute Geschirr stand auf dem Tisch, nicht das Alltagsgeschirr, das gute Besteck war dort, ein schöner Tischdecke lockt, da war eine Kerze dabei. Es gab auch Joghurt oder irgendetwas. Eine Zeit lang gab es auch eine Sabbat-Überraschung für uns Kinder, da lag irgendwas Kleines auf unserem Teller, eine Sabbat-Überraschung. Und es war was Besonderes. dadurch, dass allein schon das Äußere festlich gedeckt war, war auf einmal eine andere Atmosphäre in dem Haus. Und ich weiß noch genau, meine Mutter hat Freitag Nachmittag immer vorgekocht für den Sabbat. Es war meistens Linsensuppe. Und wenn es im Haus nach Linsensuppe roch, dann wusste ich schon, so jetzt ist bald Sabbat. Der Geruch von Linsensuppe war so ein Sabbat-Anfang-Signal. Und ganz früher wohnten wir auch nach einem Haus, da war in so Treppenhaus mal eine Holztreppe. Und dann haben wir dann auch immer mit Bohnenwachs am Freitag die Holztreppe gewachst. Und wenn es nach Bohnenwachs riecht, roch und nach Linsensuppe, dann war der Sabbat bald da. Und ich weiß auch noch, wenn am Winter vor allen Dingen, wenn es Früh Sabbat-Anfang war, dann haben wir auch noch uns irgendwie noch beschäftigt. Zum Beispiel, ich habe immer gerne mit Kerzen gespielt. Da haben wir Kerzenreste gehabt und dann haben wir immer so ein bisschen die Kerzen eben stummel zusammen irgendwas Neues gebastelt und gemacht und irgendwie so was Schönes gemacht. Gemeinschaft gehabt, gemeinsam gesungen, gemeinsam Andacht gehabt, als Familie zusammen zu sein, Zeit länder zu haben. Oder auch am Sabbat-Nachmittag, dass man rausgeht in die Natur, dass man mit den Kindern was unternimmt, dass man den Kindern nicht nur sagt, das und das und das dürfte alles nicht tun, dann werden die Kinder irgendwann sagen, naja, wann ist der Sabbat endlich vorbei, dass ich endlich wieder Fernsehen gucken kann oder das oder jenes machen kann, sondern überlegen, was kann ich Kreatives mit den Kindern, für die Kinder tun. Sabbat-Spiele, irgendwas Spannendes draußen machen, mit irgendwelchen Dingen draußen im Wald vielleicht irgendwelche biblischen Geschichten nachspielen oder ein anderes Sabbat-Spiel draußen zu machen, zum Beispiel dass man irgendwelche Gegenstände sammelt, die in der Bibel auch vorkommen und wenn man fertig ist nach dem Spaziergang, dass jeder seine Gegenstände zeigen kann und eine Geschichte dazu erzählen kann, was das mit der Bibel zu tun hat. Dann hat man halbe Stunde schon wieder über biblische Geschichten erzählt und nachgedacht. Also Kinder sind kreativ. Man kann ihre Fantasie mit einbeziehen in die Sabbat-Heiligung. Es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Matthäus 12, Vers 1 haben wir das dritte, was Jesus getan hat am Sabbat. Matthäus 12, Vers 1 Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat. Seine Jünger waren hungrig und fingen an Ehren auszuraufen und zu essen. Das war übrigens nach dem Pharisäer geboten auch nicht erlaubt, weil sie meinten, es wäre schon eine Ernte und am Sabbat darf man nicht ernten, aber natürlich ist das durch Kornverlaufen und ein paar Ehren auszuraufen keine Ernte. Aber was man hier sehen kann, Jesus war draußen in der Natur. Ich denke, das sind so drei Dinge, die Jesus getan hat, die für uns den Rahmen geben für die Sabbat-Heiligung. Gottesdienstbesuch, Gutes tun und in die Natur hinausgehen. In der Natur können wir Gott näher sein. In der Natur kann man auch für Kinder zeigen, was Gott uns Gutes gegeben hat, was Gott geschaffen hat und auch Gleichnisse in der Natur wieder auf Gott übertragen. In der Natur fühlt man sich Gott näher. Lesen wir noch etwas, was Gott auch sagt, was wir tun und nicht tun sollen am Sabbat. Das ist Jesaja 58. Jesaja 58, Vers 13 und 14. Jesaja 58, Vers 13 und 14. Wenn du deinen Fuß hier sind, hier sind ein paar Dinge, die Gott sagt, was wir am Sabbat tun und nicht tun sollen. Gehen wir erstmal auf die Dinge ein, die wir nicht tun sollen. Hier steht, dass wir am Sabbat nicht unsere Gänge machen und nicht unsere Geschäfte treiben. Was heißt das? Das bedeutet, dass wir am Sabbat erstmal ganz generell nicht einkaufen sollten. Das heißt, alles, was mit Geschäften zu tun hat, ob das jetzt Einkauf ist im Supermarkt, ob das jetzt irgendwo ist, dass ich in den Tierpark gehe, ist zwar auch Natur, aber wo ich Eintritt zahlen muss oder ein Eis kaufe oder irgendetwas am Sabbat, sollten wir keine Geschäfte treiben. Generell nicht. Gaben geben dürfen wir am Sabbat. Also Geld anfassen ist erlaubt. Gaben zählen auch für den Schatzmeister. Aber nicht mit dem Geld etwas kaufen gehen oder kaufen planen. Auch die anderen Dinge, die unsere Gänge sind und das leere Geschwätz, das heißt, alle Dinge, die dem Alltag zugeordnet sind, Fernsehen, Radio, Internet, Zeitung lesen, nicht-christliche Bücher, nicht-religiöse Veranstaltungen, belanglose Gespräche, kaufen und verkaufen, all das sollte man am Sabbat sein lassen. Das kann man eine Woche machen, im Alltag machen. Hier steht auch, dass du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst. Was heißt denn das? Das ist ein Ausdruck, damit ist gemeint, dass sie am Sabbat keine Reisen tun sollten. Es ist natürlich die Frage, wo fängt Reisen an und wo hört Reisen auf? Genau das haben die Pharisäer versucht zu definieren. Sie haben gesagt, jede Reise, die unnötig ist, ist mehr als ein Kilometer, mehr als tausend Schritte. Ich denke, jeder muss selbst entscheiden, wo fängt eine Reise an. Wenn ich zum Beispiel am Sabbat nach Leonberg in die Gemeinde fahre, muss ich eine halbe Stunde Auto fahren. Das ist für mich keine Reise, das ist Gottesdienstbesuch. Wenn ich am Sabbat ein bisschen weiter eingeteilt bin und ich muss zwei Stunden fahren, fahre ich auch zwei Stunden zum Gottesdienst. Aber wenn ich in den Urlaub fahre, fahre ich nicht am Sabbat in den Urlaub. Das mache ich an einem anderen Tag, am Sonntag oder am Freitag oder am Montag oder irgendwann anders. Warum? Wenn ich in den Urlaub fahre, dann muss ich ja das alles planen, ich muss packen und ich muss Sachen und ich habe meinen Kopf voll mit den Urlaubsvorbereitungen und den Urlaubsdingen und das ist am Sabbat nicht gut. Der Sabbat sollte frei sein an diesen Dingen und sollte also am Sabbat nicht ein Flugzeug irgendwo verreisen oder andere Reisen machen. Das heißt, diese Dinge, diese Alltagsdinge sollten wir vom Sabbat fernhalten, damit wir Zeit haben für Gott. Jetzt ist die Frage, was sagt er denn, was wir tun sollten? Wir sollten den Tag des Herrn Lust nennen. Was heißt denn das? Stellt euch vor, ein Liebespaar. Sie sind verliebt, die sind vielleicht sogar verlobt und sie treffen sich ab und zu. Sie telefonieren miteinander, sie sehen sich vielleicht eine Woche nicht und dann am Wochenende sehen sie sich. Freuen sie sich auf die Begegnung und sie versuchen ja jede freie Minute mit dem anderen zu verbringen, oder? Das heißt, die Zeit, wo sie sich nicht sehen, wo sie trotzdem in Kontakt sind, mit Telefon, per Brief oder was auch immer. Früher hat man noch Briefe geschrieben, heute ist das eher mit WhatsApp-Nachrichten oder mit Telefon. Die Zeit, wo man sich nicht sieht, ist eine Vorfreude auch auf dem Moment, wo man sich wieder sieht. und wenn wir Jesus lieben und wir mit ihm Kontakt haben die Woche über, dann freuen wir uns auf den Sabbat, weil der Sabbat ist der Tag, wo wir uns mit ihm treffen, wo wir ein Date haben mit ihm, wo er auf uns wartet, wo wir seine Gemeinschaft viel intensiver haben. Und wer am Sabbat nur sagt, ach, das und das darf ich alles nicht tun, der sagt eigentlich, Herr Jesus, mein Fernsehen und mein WhatsApp ist mir wichtiger als du. Stell dir vor, die zwei Verlobten treffen sich und sie sagt dann, ach, in fünf Minuten habe ich einen Termin, ich muss jetzt irgendwo hin und ich muss hier was erledigen und ich habe noch ein paar Dinge hier, ich muss noch im Sportclub mit Freunden mich treffen und so. Dann wird er sagen, hm, was ist denn jetzt los? Das bedeutet, der Sabbat bekommt seine Bedeutung nicht durch das Tun oder Nichttun, sondern durch die Beziehung zu Jesus. Und wenn ich mit Jesus eine Beziehung habe, dann werde ich auch meine Sabbat-Beschäftigung so einrichten, wie er es möchte und dass ich für ihn Zeit habe und dass ich die Zeit mit ihm genießen kann, dass es eine schöne Zeit ist mit ihm. Und dafür muss ich manche Alltagsdinger einfach weglassen. Und dann steht hier, wenn ich das tue, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Das heißt, wenn ich den Sabbat halte, weil ich Jesus liebe, dann wird dadurch meine Liebe zu Jesus, meine Lust am Herrn heißt, meine Liebe zu Jesus wird zunehmen. Es ist nicht nur ein Formalismus, dass ich zum Gottesdienst gehe, dass ich den Zehnten gebe oder andere Dinge tun, sondern es ist mir ein Bedürfnis, es ist aus dem Herzen heraus etwas, was ich gerne tue, weil Jesus mich liebt, weil ich Jesus liebe. Meine Lieben, der Sabbat ist der Mittelpunkt unseres geistlichen Lebens. Deswegen wie sieht so ein idealer Sabbat aus? Ich schildere das mal ganz kurz so, schon die ganze Woche haben wir eine Vorfreude auf den Sabbat, dass meine Gedanken und Gebete schon zum Sabbat gehen. Eigentlich beginnt die Vorbereitung für den nächsten Sabbat schon am Sonntag, dass ich die Woche so plane, dass ich wirklich am Sabbat frei bin von weltlichen Belastungen. Der Rüsttag, der Freitag, das ist die Vorbereitungen für den Festtag abgeschlossen sind. Reiner Körper, reine Kleidung, reines Heim, gute Speise. Wenn es möglich ist, dass man vorkocht für den Sabbat, dass man alles, was möglich ist, vom Sabbat frei lässt. Natürlich muss man sich am Sabbat anziehen und sich auch waschen, das gehört dazu, aber ein wöchentliches Bad muss nicht am Sabbat machen, sondern die Dinge, die am Sabbat gehen, eine Woche gehen, kann man auch woanders machen. Der Sabbat Anfang, dass man Gemeinschaft hat mit der Familie oder mit anderen Gläubigen, dass man eine besondere Sabbatatmosphäre schafft, eine Sabbat Anfang Atmosphäre, dass man ohne Hetze und ohne Alltagsgedanken rechtzeitig den Sabbat mit einer Andacht beginnt, mit Singen, Geschichte für die Kinder, Zeit für Fragen, biblische Spiele, Gebet und es ist auch mal angebracht, am Sabbat ein bisschen am Freitagabend ein bisschen früher ins Bett zu gehen als sonst. Warum, dass man am Sabbatmorgen nicht um 9.15 Uhr aufwacht und sagt, ach, jetzt muss ich aber noch schnell meine Kleider fahren zum Gottesdienst hetzen. Nein, dass man am Sabbatmorgen rechtzeitig aufwacht, dass man auch am Sabbatmorgen ohne Hetze den Sabbat beginnen kann. Rechtseitiges aufstehen am Sabbatmorgen, dass man versucht, eine liebevolle Atmosphäre zu Hause zu schaffen. Satan versucht es am Sabbatmorgen in den Familien Streit und Uneinigkeit reinzubringen, dass man mit Wut im Bauch zum Gottesdienst kommt und das ist nicht gut. Lass uns versuchen, am Sabbatmorgen besonders liebevoll miteinander zu sein, dem Satan nicht auf seinen Leim zu gehen. Dass man Sabbatkleidung anzieht, dass man gut gekleidet und frisch gewaschen zum Gottesdienst kommt, dass man im Gottesdienst Ehrfurcht vor Gott hat, nicht unbedingt Steifheit, aber Ehrfurcht und dass man auch im Gottesdienst ein stilles Gebet hat. Früher war es übrigens üblich, wenn man zum Gottesdienst kam, dass man, bevor man sich hinsetzte, im Moment stehen blieb, im stillen Gebet. Das ist leider verloren gegangen. Ich denke, wenn man zum Gottesdienst kommt, sollte man ein stilles Gebet sprechen, lieber Gott, jetzt lass diesen Gottesdienst für mich zum Segen werden. Hilft, dass wir in unserer Gemeinde eine gute Atmosphäre haben, dass wir dein Wort im Mittelpunkt haben, dass wir uns gut verstehen, hilft, dass dieser Sabbat ein Segen ist, für mich und für uns alle. Am Sabbatmittag, das Beste ist natürlich Potluck hier in der Gemeinde, heute Mittag haben wir es wieder, dass wir Gemeinschaft untereinander haben, Gastfreundschaft ist auch wichtig, dass man sich gegenseitig einlädt. Besondere Tischdecke, Blumen, einfaches Essen reicht aus. Wir müssen am Sabbat nicht ein riesengroßes Menü machen, wo man stundenlang in der Kirche steht, sondern ein einfaches Essen, was schmackhaft aber gesund ist. Sabbatnachmittag, eventuell ein bisschen schlafen, Spaziergang in der Natur, mit den Kindern was Spannendes und Interessantes in der Natur zu unternehmen, vielleicht Bilder oder Bücher über die Natur anzuschauen, christliche Bücher lesen, Bibelstudium, geistliche Musik, Krankenbesuch, mit Kindern was basteln oder Kärtchen schreiben und kranken oder alten Menschen bringen, geistliche Gespräche, Missionsarbeit, Zeugnis geben, biblische Spiele, es gibt so viele Dinge, womit man den Sabbat ausfüllen kann. Und Sabbatschluss, wenn der Sabbat zu Ende geht, dass man wieder zusammenkommt, eine Andacht zusammen hat, zusammen singt, eine Gebetsgemeinschaft hat, Dank für den Sabbat und ein Jahr zur neuen Arbeitswoche, die beginnt und die Bitte Gottes, dass er mit uns geht. Meine Lieben, wenn man den Sabbat so halten, wie Gott es sagt, dann wird der Sabbat ein Vorgeschmack auf die neue Erde sein. Wir werden hier schon ein bisschen von der Atmosphäre des Himmels spüren. Und das wünsche ich uns, dass jeder Sabbat für uns ein Tag zum Auftanken, ein Tag zum Genießen der schönste Tag der Woche wird. Wer Jesus liebt, fragt, was willst du, was ich tun soll? Ich wünsche uns, dass unsere Liebe zu Jesus und jeder Sabbat uns ihm näher bringt. Amen. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, großer Gott, wir beten dich an, wir loben und preisen dich. wir danken dir, dass du die Welt geschaffen hast und dass du bei der Schöpfung den Sabbat eingesetzt hast. Dass der Sabbat ein Tag ist, der dir gehört. Hab Dank, dass du uns die Zeit gibst, in der Woche über unsere Angelegenheiten zu erledigen, unseren Alltag zu bewältigen und dass wir am Sabbat Zeit haben für dich. Vergib uns, wenn wir manchmal unsere eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Sondern lass uns mehr auf dich schauen und den Segen genießen, den du uns damit gibst. Herr, hab Dank für den Gottesdienst, den wir haben dürfen, für die Gemeinschaft untereinander, dass wir uns geistlich aufbauen können, für dein Wort. Hab Dank, dass du uns diesen Sabbat als Geschenk gegeben hast. Hilf, dass wir ihn so begehen können, dass wir auch dieses Geschenk und diesen Segen erleben können. Hilf, dass wir dadurch dir näher kommen. Und dass wir ein Zeugnis für andere Menschen sein können. So segne du uns und bleib bitte bei uns. In Jesu Namen. Amen. ! Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020